Florian Silbereisen, Fansplatz der Kragen, unverschämt Es ist der Termin des Jahres für Schlagerfans, der Schlagerboom in der Dortmunder Westfalenhalle. Jedes Jahr im Herbst treffen sich in der Ruhrgebietsmetropole die Stars und Sternchen der Branche, um mit tausenden Fans gemeinsam einen Abend voller Glanz und Glitzer zu feiern. Dementsprechend schnell sind die Tickets für das Schlagerhighlight des Jahres auch ausverkauft. Meist sind es nur wenige Tage nach Vorverkaufsstart und alle Tickets sind an Mann oder Frau gebracht. Auch in diesem Jahr scheint das so zu sein. Bereits nach wenigen Stunden war die riesige Dortmunder Westfalenhalle fast vollständig ausverkauft, schreibt Florian Silbereisen auf Instagram. Florian Silbereisen feiert wieder den Schlagerboom in Dortmund. Und so hat man sich überlegt, dass man auch die Generalprobe mit Fans füllt. Aufgrund der hohen Nachfrage habt ihr jetzt die Möglichkeit, auch am Freitag, den 18. Oktober 2024 mit beim Schlagerboom 2024 dabei zu sein und den Schlager so zu feiern, wie er sonst nirgendwo gefeiert wird, schreibt Silbereisen weiter. Inhalt von Instagram.com anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram.com der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Die Preise für die Shows kommen bei manchen Fans jedoch alles andere als gut an. So kostet die günstigste, derzeit noch erhältliche Karte, Stand, 22. März, 10.15 Uhr, es für den Termin am 19. Oktober sportliche 94,90 Euro. Und das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Das nächst teuerste Ticket kostet 104,90 Euro, das teuerste Ticket gar 124,90 Euro. Etwas günstiger ist es am 18. Oktober. Dort kostet das günstigste, noch verfügbare Ticket 54,90 Euro. Ich hab mir die Preise angeguckt, unverschämt. Wie soll man sich das noch leisten können? Fragt beispielsweise ein Fan auf Silbereisens Instagram-Seite. Ein anderer ergänzt, mit Anreise und Hotel ist das echt Wahnsinn. Gerade, wenn man nicht ganz hinten oder oben sitzen will. Aber was zahlt man nicht alles für den Flory?